Ein wirklich großes Thema, wenn man mit frühen Verletzungen zu tun hat, wenn man mit Trauma zu tun hat, ist das Thema, wie beruhige ich mich eigentlich selber? Und darüber würde ich gerne heute sprechen. Ich bin Dami, Dami Scharf. Das ist mein Blog, traumaheilung.de. Ich freue mich, dass du da bist. Ein wesentliches Merkmal von Trauma ist Überwältigung. Das heißt immer und immer wieder, vor allem von Emotionen, das sind eigentlich der überwältigendste Faktor in dem Ganzen, einfach überschwemmt zu werden und dann einfach zu reagieren oder Dinge zu tun, die nicht gut sind oder auf destruktive Selbstberuhigungsmaßnahmen auszuweichen etc. etc. Und vor allem ist es einfach tierisch belastend, immer wieder in Ohnmacht zu fallen, immer wieder alte Gefühle zu haben. Und die Frage ist nun, wie kann ich mich irgendwie selbst beruhigen oder mehr und mehr ruhiger werden in meinem Alltag? Und der Punkt ist, dass unser Nervensystem, das autonome Nervensystem, eigentlich immer schwingt. Das geht immer so. Und hier sympathisch heißt, das ist in Erregung, du bist aufgeregt, neugierig, freudig, aber auch gestresst oder ängstlich, das ist alles oben. Oder du entspannst dich und wirst ruhiger und, und, und. Das ist parasympathisch. Und das sollte immer in Schwingung sein. Ein dysreguliertes Nervensystem durch Trauma oder so hängt meistens entweder oben fest oder dann fällt es nach unten in die Erstarrung oder in die totale Müdigkeit, in den Kollaps, kann aber kaum entspannen. Und hier oben ist das auch keine freudige Neugier aufs Leben, sondern es ist eine ständige Spannung. Das heißt, das, was wir fast alle gesellschaftlich inzwischen sind, wir sind total Sympathikotonen. Das heißt, die ganze Gesellschaft, das hat jemand mal gesagt, das finde ich ein guter Begriff, atmet nur noch ein und nicht mehr aus. Und das heißt, wir halten uns auf einem irre hohen Erregungsniveau. Und alles ist ja auch schnell und ständig Anregung, ständig, ständig, ständig. Unser Mind kann kaum noch Langeweile ertragen, dann gucken wir sofort ins Handy. Und wir lassen quasi den parasympathischen Teil kaum noch zu, weil er sich auch verletzlich anfühlt, weil bei Entspannung Dinge hochkommen, die wir nicht haben wollen und die vielleicht schmerzlich sind. Das heißt also, wir brauchen einen Weg, vor allem wenn Emotionen kommen und quasi das Nervensystem nach oben jagen, weil sie so anstrengend sind oder überwältigend sind, brauchen wir einen Weg der Selbstberuhigung. Im besten Falle kannst du dich selbst regulieren und das ist automatisch. Das heißt, du musst das nicht mehr mit dem Kopf initiieren, sondern es passiert, weil das autonome Nervensystem die Kapazität entwickelt hat, sich zu regulieren und wieder zu schwingen. Das ist das, was ich in meinen Kursen, in meinen Seminaren und eben auch in dem Kurs mit Trauma Leben tue oder versuche beizubringen. Und hier möchte ich einfach nur auf einen Aspekt davon eingehen, den du vielleicht nutzen kannst. Der direkteste Eingriff auf das autonome Nervensystem ist tatsächlich unser Atem. Und wenn du magst, kannst du einfach mal schauen, nimmst dir nach dem Video deine Stoppuhr, atmest normal weiter und schaust mal, wie viele Atemzüge du eigentlich in der Minute machst. So, das ist das eine und das andere ist, ob du durch die Nase atmest oder ob du durch den Mund atmest. Weiter ist, ob du sehr flach atmest, ob du quasi eine sehr flache Brustatmung hast. Und man weiß heute, also über Atem, das sind natürlich jahrtausend alte Kulturen, die das schon immer nutzen, aber für uns ist das sehr viel verloren gegangen. Wir denken, wir atmen halt, aber dem ist eben nicht so, sondern wir können den Atem wirklich sehr verändern. Das eine ist, es wäre total gut, wenn du dir eine Nasenatmung angewöhnst, eine reine Nasenatmung, rein, ein und aus, weil eine Mundatmung immer den Sympathikus aktiviert. Das ist das, was wir tun, wenn wir auf der Flucht sind und nicht mehr genügend Luft kriegen. Dann sollten wir, oder dann atmen wir automatisch durch den Mund. Aber wenn du das im Alltag machst, aktivierst du quasi ständig dein sympathisches Nervensystem. Das heißt, das ist die erste Umstellung, ist durch die Naseatmung. Es kann sein, dass die total dicht ist und zu ist. Die braucht quasi die Aktivierung, um wieder frei zu werden. Da muss man ein bisschen dranbleiben. Und dann wird dir wahrscheinlich mit der Zeit einfach wieder freier. Und das andere ist, wie viele Atemzüge. Wenn du mehr als 15 Atemzüge machst, bist du schon im hochsympathikotonen Bereich. Und es wäre gut, öfter zu üben, weniger zu atmen, weniger Atemzüge zu machen. Und das Optimum ist um die sechs Atemzüge in der Minute. Unvorstellbar. Auch für mich. Ich übe fleißig. Und das bedeutet, dass du so ungefähr fünf Sekunden einatmest. Und dann am besten, wenn du dich beruhigen willst, sechs bis sieben Sekunden ausatmest. Und damit kannst du einfach üben. Und das ist am besten, wenn du es wirklich trainierst. Vor allem, dass du, wenn du merkst, du kommst Stress. Dann geht es darum, dass du ausatmest. Dass du länger ausatmest, als du einatmest. Weil wenn wir die Luft in uns aufpumpen, gehen wir auch wieder in Stress. Das heißt, wenn du dich beruhigen willst, quasi trainierst du, dass du immer, wenn du merkst, du kommst in Stress. Länger ausatmest, als du einatmest. Ein, zwei Sekunden zumindest. Und dann atmest du ruhig wieder ein durch die Nase und ruhig wieder aus. Ein bisschen länger, als du eingeatmet hast. Und dann solltest du nach fünf bis zehn Sekunden merken, dass dein System runterfährt. Unsere Psyche passt sich dem an. Die Psyche folgt dem Körper. Wenn du dich so hinsetzt und machst, dann bekommst du Angst. Weil die Psyche sagt, hey, wenn du so atmest, dann muss hier irgendwas sein, was Angst macht. Du kannst wirklich über den Körper auch die Psyche beruhigen. Probier es einfach mal aus. Atem ist wirklich einer der direktesten Wege dorthin, um Selbstberuhigung zu lernen. Und ja, das würde ich dir gerne für heute mitgeben. Und probier es aus. Ich freue mich über Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dami.